Was ist das Gefühl, dass ich hier professioneller behandelt werde? Wenn man hier reinkommt, dann merkt man gleich, hier sind Profis am Werk und das ist sauber durchorganisiert. Ich habe von vornherein, bin bestens bedient worden, immer wieder, vernünftige Zeit, Aussagen, Termine waren in aller Regel gut und zeitnah erreicht. Also mir gefällt es bei ihm.